Heute auf dem Weg zum Camp habe ich einen richtig großen frischen Haufen mit Tarnmaterial abgeschnittenes Reisig und teilweise auch Brennholz entdeckt, hier wird nämlich demnächst am Weg hier gearbeitet, der wird ein bisschen verbreitert, da wurde dieses ganze überschüssige Geäst entfernt, da werde ich mich doch gleich mal hier umschauen in dem Haufen, ob ich da irgendwas nützliches fürs Camp gebrauchen kann. Ja, so eine super Gelegenheit muss man natürlich nutzen, da habe ich natürlich gleich mal ein bisschen was hier angeschleppt, an Holz und ein bisschen Tarnmaterial. Das gibt wieder einige warme Stunden hier im Camp. Sollte Ich konnte es mir natürlich auch wieder nicht verkneifen, gleich wieder etwas Tarnmaterial zu verbauen. Das Ergebnis kann ich euch gleich mal zeigen. Nachdem ich hier noch ein bisschen Brennholz gesägt und gehackt habe, geht das Ganze hier noch ein bisschen in den gemütlichen Teil über. Kaffeewasser ist auch schon wieder aufgesetzt. Da werde ich es mir noch ein bisschen auf meinem Stuhl hier gemütlich machen. Einfach nur herrlich hier. Pröstechen an alle Kaffeesüchtigen. Leider ist hier die Zeit am Camp wieder wahnsinnig schnell vorbeigegangen. Für mich war wieder von allem was dabei. Holz gesägt und gehackt. Wieder Kaffee getrunken. Einfach wieder noch etwas hier an der Sichtschutzwand. Noch ein bisschen was abgetarnt, was erweitert, ein bisschen vergrößert. Für mich war es wieder eine wahnsinnig schöne Zeit. Ich hoffe für euch war es auch wieder ein bisschen schön. Also dann bis zum nächsten Mal der Kaffeekaus Uhr. Dasbirs war noch ein paar Mal, man.